so da wird jetzt lustig ist schon mein zweiter versuch das ding zu fangen das wie ich kann explosion und ich mich so dolle finde ich muss sofort will werfen ich hoffe hat das ding drin bleibt geschmack kacke da drin nahe jetzt macht er auch mit sandstorm angefangen ich habe euch trotzdem donna will einsatz nur als hoffnung hat vielleicht paralysiert ist und nicht explosion einsetzt aber gut werfen war super nein zweiter versuch zweiter wurf sehr wohl was sagt uns hätte ich die gegend gelaufen also selten mal gesehen gott jetzt habe ich war ein pokémon das mich dass ich durchtauschentwicklung kann und ja das machte ein bisschen einfach war auf unserer stärker heute zusammen mit menschen und partner öfter mal als aushilfe auf baustellen oder bergwerken es war abgurt haben wir da auch einen tausch wieder erspart ist klar was ist das schön zu fangen gibt ja ein pokémon als auto per tausch und finden kann in diesem spiel gehört in die ludik erscheint dann fangen wir mal jäger so nachher wegen nebelfeld ja da bringt jetzt unter dem trug schlag dafür ganz nicht politisch oder sowas den auf einer p zu reduzieren wird nicht so lange dauern wie ich gedacht hatte okay die bibliothek voll die hohe verteidigung war so oder 4 ap irgendwie sowas und während der spezielle verteidigung keine ahnung gut jeden fall zweiter betrug schlag und ohne donna oh gott das servererregen tanzt hat er noch eingesetzt vorhin schon wieder vergessen da einer p mehr oder weniger glaube ich du wirst gefangen und ich setz mal so einen dicken ball idea und tauchball warum nicht das ist ein schöner bei oben wird der pokémon gefangen hat sich noch betauscht entwickeln kann das heißt die vorentwicklung krieg auch noch bibliothek soll das schönste aller pokémon sein ist hat schon so manche künstler als quelle der inspiration gedient wird oder ist klar und wird auch gefangen das ding habe ich noch nicht in dieser hälte hohen danke schatten link für wiskor oder älter angelegt sein körper besteht vorwiegend aus wasser und verschrumpelt daher völlig wenn es austrocknet ist das schwächste aller drachen pokémon okay und du hast sagst das ding habe ich auch noch nicht okay gut schön so wie es dann sagt es still die sehende menschen wenn seine edelstein augen furchterigen funkeln viele flüchtenden ist das viele fürchten ist deswegen nicht viele flüchten okay cool brauche ich nicht züchten dann dankeschön was er mir ein bisschen zeiten schwarz chris sein unvorteilhaftes aussieht macht es zwar unbeliebt auch seine erstaunliche lebenswacht hat das interesse der forscher an ihnen geweckt okay dankeschön hat er ist wirklich durch tauschen da braucht das ding da noch leiten und ein kult das wirklich noch ein neues pokémon alles klar tromburg schön es wird dafür gefürchteten menschen zu fressen die bäume im weise zu fällen zu den pokémon die den wald bewohnt ist es aber stets nett ok das ist krass dankeschön ich habe ich auch noch nicht sehr schön gut es wird nach einem wasser wenn es von längeren zeit kein wasser trinken verweckt das blatt auf seinen kopf und dann stirbt das gut sehr schön da schlüpft was aus dem ei das könnte es nur sein eben wie schön ich euch mal als pokémon eintrag glaube ich bis jetzt weil es jetzt nicht dass überall dort besonders häufig piaz treffen sein wo es einzelnen stern stupe gab wo es eine stern stupe eingeschlagen ist so und so entwickelt sich um und ins romero hat sich verwandelt der zeit trag wird erst in der abend der morgen aktiv ist erinnert sich von moros das ist am boden von flüssen die geleitet da sind aber nicht fällig kratz wo er weg da ist also ist mir gar nicht so da ist gut war so sind aber nicht fällig und zwar wir auf der linken seite da dürft ihr noch nicht sehen also ich habe schon ein paar mal hochgeladen so wasser stein 15 stück kein problem hier entwickle dich erneut kapa loris kapa loris kapa loris hat mich voll nervig der rhythmus von fröhlich musik aktiviert die zellen von kapa loris und macht es so stärker gut so und p entwickelt sich in pp also die entwicklung auch erledigt wenn alle sagen von bb bei vollmond tanzen zu sehen soll ein glückliches lebe heißen okay er hat man bei es gesehen der wird nie champion obwohl es egal ja das ding brauche ich sehr gut alles klar alles klar zu kommunizieren untereinander mittels telepathie erfährt es eine erschütterung läuft die flüssigkeit jetzt umgibt aus gut ein weiteres pokémon für meine kollektion plus die entwicklung schön und da tut sich zum ersten mal entwickeln aber ja geht aus gut gewaltigen psychokräfte die entstehen wenn seine zwei denkapparate eine meinung sind sollen im umkreis von ein kilometer spürbar sein okay dann habe ich gerade gesagt du sollst hat nicht lernen verdammt so mythos müsste sich jetzt entwickeln doch hat sich gleich wieder während der entwicklung fahren das hat sich zu einem süd omega entwickelt es ist stolz auf seine beiden arme und greift bei kämpfen lieber auf diese zurück und statt sein übernatürlichen kräfte einzusetzen aber dann bist du ziemlich dämlich nein das hat den jetzt für sich ausgelegt dann vielleicht ja ich nehme anlegen wie zum psychobuch müssen wir also nicht speziell ausgelegt dass man checken ja auch speziell das ding ist einfach nur dem ich ja seit tausch abgeschlossen wurde gibt es nicht was vom sky bekommen weit wenn man nicht mal home und so installiert und so hat ok ich war natürlich stört es wieder in hyper ball ist okay ich habe bekommen alles klar warum nicht okay ich komme jetzt einfach mal die ganzen starter die will ich doch alle gar nicht ich meine dann hätte ich die alle bekommen aber ich will erstmal mein galatex hier komplett erledigt okay langstrecke ist hat denn wenn sie den einsatz aller seiner tag nun hast jeder bei dreck zu berühren breit attacken ohne ok ich kann irgendwie weil ich risiko teckel einsetzen ich bekomme ich irgendwie weil ich statik von pikachu oder so ab alles klar dankeschön okay ich habe da wird nichts mehr mit den galatex und ich die ganze starte nach anderen regionen bekommen ich mein ja gut aber ich würde schon in galatex hier komplett hin an dankeschön ein visa floor warum nicht ich packe hat in meinem legendäre box weil es gibt sowieso nur drei legendäre irgendwie sonst ist da gar nicht mit legendären box irgendwie zu machen aber okay wir haben dieser floor warum nicht nächste okay hallo wohl fix ich meine warum nicht aber ja mein galatex hier vervollständigen ich meine danke aber ja okay das ist der teil dadurch allerdings bekomme ein moment macht dann vorgelegter eintrag bekommen natürlich hat dann perfekte wesen und so warte mal das not sicher okay so nach einer endlos langen reihe von zaubertausch haben wir doch endlich mal den pflanzen starte bekommen ich sag nicht schön der rhythmus den es mit seinem besonderen schläger zeigt verbreitet scheibe in die pflanzen neue vitalität verleihen können so cool und ja da ist wir haben noch zwei weitere pokémon noch mehr oder weniger dadurch bekommen und ja wenn ich hier entwickeln meine ich den packen wir es mal ein außerdem habe ich noch was tolles bekommen und zwar so lange rein hier keine ahnung guck mal neben den elektro auf der rechten seite ist erwartet bedeutet ich wusste aber am anfang nicht aber pro keros unten links ja ich habe mich erst gefragt warum habe ich ein das ist glaube ich dieses event pikatschow hat man hier durch dings bekommt durch wenn man let's go pikatschow laut spielt und mehr sind nicht weil sonst da musst du eigentlich spezial gefangenes gewesen sein und ja keine ahnung jedenfalls hatte dieses dem pokero und ja für die wir es nicht wissen pokero dadurch bekommt man die doppelte anzahl an evs was nicht schlecht ist und ja ich kann jetzt den pokero verbreiten wird auch nicht schlecht ist das heißt wenn ich jetzt dieses pokémon immer ein team nehme und dann ein paar kämpfer austage dann sind die alle mit dem pokero infiziert und können dann auch doppel tv und so bekommen und ja das werde ich natürlich dann aussetzen um die sache ein bisschen zu beschleunigen finde ich gut ich habe bekommen ab und ja dann sagen meine zauber tausch abenteuer gehen da noch ein bisschen weiter einige pokémon fehlen und ich glaube noch 24 recht auch noch irgendwann kriegen also bis dann spiel hat eine sehr merkwürdige art sich nämlich lustig zu machen hey habe schon dutzende feuer und wasser starten gekommen ich habe jetzt vor fünf minuten irgendwie zum ersten mal im pflanzen start haben wir kommen und jetzt kriegt schon die entwicklung von dem das gibt es jetzt nicht schimpf stick speed pokémon jeweller der wie dem ein schimpf sticks mit seinen zwei schlägen erzeugt dass du mehr willst von seinen art genossen respektiert was das ist ein scheine evoli wo hat ok wohl also auch leider auch die pokos meister bei eplof dort kommen ist hat geschütet das gefühl das geschütet ok das ist im meister bei drin es hat ein meister bei es trägt ein meister bei das hat alle werte bis auf angriff auf maximum ok geil kommen wir in die box ich tu mir scheine zu mir scheine evolis züchten ist auch mal geil ja mal gucken was ich daraus macht was ok habe ich da teils von legend hat der europa bekommen diese ganzen start alle ja das habe ich noch nicht müssen wir sind nicht so aus kann man mal machen cool alles klar richtig spritze ne habe ich nicht war für einen eintrag im projekt angelegt verfügen pokémon ist pokémon erzeugt gerüchte mit hilfe seiner drüse an einem körper je nach futter kann es unterschiedliche dürfte polizieren blöde ist ich kann das ding nicht entwickeln glaube ich habe mir mal notiert hier welche mir noch fehlen und ja ich brauche tausch plus duftbeutel und das ding hatte kein duftbeutel also irgendwie zu erwarten ist aber ja cool gut weil sie nicht ja neues pokémon ist klar ich meine warum nicht nur noch 22 glaube ich ja ok pokémon lab kommen hat der pokémon lab kommt ich hab's gefühlt sind erschütterte pokémon was zum daten scheinbar wer das sind alle sachen voll krasser teil so weit und jetzt auf level 100 weit was ist ja los meister war hat man hat ein pokémon seit wörterlich alles angefronte initiative auf und für das neue bei den spezial angewärts ab voll krasser teil die ginger sind auch erhöht hier die ap scheu hinterhaltig da ist auch alles perfekt und war mit 58 es hat nur um dem blöden namen der zeiten pokémon lab.com was das ist klar aha wenn sich da auf level 35 entwickelt das ist der deutsche name aber ich glaube da ist immer noch der englische drama pokémon jetzt kontrolliert die macht es als speziellen baumschumpf ist durch trommeln im kampfmann die blitz damit wurzeln ja jetzt stand da real ab oben will am boom alles klar da waren es nur noch 21 ok langsam aber sicher hat meister nicht natürlich auch weil ich glaube wir haben neues pokémon ja ha 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 oder steiner anscheinend steht die zunahmen seiner kraft mit dem mondphasen in verbindung da ist bei vollmond aktiv wird langsam komme ich irgendwie nicht mehr mit die pokémon ich schon auf welche nicht übrigens ja ich habe schon wieder ich habe schon wieder ein scheine evoli bekommen und zwar warum kann ich die wie kann ich da kann ich die box nicht witzig doch jetzt gar nicht was so 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 ich muss noch mal gucken schon das dritte scheine ich bekommen habe jetzt durch die seite oder so ja cool wir haben sogar steigen mit dem mondstein passend ich würde mich dann werden uns noch 20 langsam aber sicher so langsam aber sicher okay ich habe schon wieder von man schon wieder von man man hat evs auf ich habe das für dings gedacht für diese mega für diese giga deiner max okay keine ahnung ich bekomme so viel erschein ist irgendwie irgendwie merkwürdig ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020